Willkommen zum 1, 2, 4, 6. Kapitel. Willkommen. Darauf erstmal noch ein Radieschen. Das sich anhört wie ein Crospy. Ja, wie ihr seht, wir bauen hier fleißig und ich habe mich entschieden, statt die normalen Knick-Armbrauber, die jetzt weg sind, also diese hier, die blauen zu verwenden, die sind schneller, die sind schneller. Okay, kurz und wendig. Mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen, die ziehen das ganz schnell rein. Wir brauchen auf jeden Fall eine massive Produktion oben und ich würde Strom... Was machst du denn da? Ich bring Strom. Was machst du denn da? Ich hätte aber die großen genommen. Ja, das dauert ja noch, bis wir da hinkommen. Ja, ist doch egal, wir haben das doch. Für alle, die sich fragen, ich warte übrigens noch. Ja, vielleicht sollten wir doch ein paar mehr Science Labs bauen. Das ist ja auch irgendwie doppelt gemobbelt. Der Vorteil ist übrigens, dass wir hier jetzt so eine Lichtbahn haben. Die kann ich hier unten nämlich auch hinstellen. Muss natürlich synchron sein. Und die Schmelzöfen rein hier, die kannst du synchron aufbauen, wie du schon siehst. Das heißt, den nächsten baust du hier hin. Den nächsten hier. War schon ganz cool. Ja, jetzt haben wir auch das automatisiert. Ja. Das ist vollautomatisch übrigens. So, dann haben wir eine richtig schöne Netzabdeckung. Aus irgendwelchen Gründen hat eine Lampe kein Licht. Warum? Sehr merkwürdig. Die Lampe gehen einzeln aus. Oh mein Gott, mir viel Kupfer. Ja, und jetzt nicht mehr. Siehst du, man kann die Bahn auch richtig schön abrennen. Ja, wir sollten auf jeden Fall trotzdem Kisten unten aufstellen, dass wir da so ein bisschen Lade haben. Vorrat haben, naja. Ja. Was ganz Wichtiges habe ich vergessen. Wollen wir mal ein paar Eisen tun. Ja, darf ich das eigentlich nicht machen hier. Die Bahn hier übrigens, die gehen sogar noch schneller. Die werden wir auch später auch noch irgendwann bauen. Genau. Verdammt. Die ändern natürlich dann auch noch die Farbe, von gelb zu rot und von rot zu blau. Und ich glaube, am Anfang braucht man nur noch einfach noch mehr Zahnräder. Und für die blauen brauchen wir dann noch sogar Schmiermittel. Ich habe ja... Äh, will was? Ich habe doch Kupfer. Nicht genügend Komponenten. Willst du mich verarschen? Ach, Eisen. Der Penner will Eisen. Der Penner, das bist du. Verdammt, ich brauche noch mehr. Nee, die werden noch gebaut. Okay, dauert einfach nur zu lange. Das müsste eigentlich wieder reichen. Ah, das ist ja die Scheiße daran, ne? Wird beides auf die gleiche Seite gesetzt und dann kommt das da nicht schnell weg. Hm. Kohle geht noch, wird aber langsam nicht mehr funktionieren. Das ist aber, ist das ein gutes System, was wir da haben, ja, ne? Ja, man kann es aber noch verbessern, weil im Moment, ähm, hier ist ja nur eine Seite von dem Band voll, weißt du? Ja, deswegen, deswegen, guck mal hier, da, zack und scheiße. Ja, nee, ich meine nur, vielleicht sollten wir das schon vorher machen, weil, wie du hier siehst, äh, ja, das wäre da halt schon voll. Ähm, die hintere Reihe, ich glaube, da machen wir dann, weißt du was, werden wir dann, wir werden das sowieso erweitern, weil dann haben wir hier nämlich eine schöne Auslastung. So. Das ist innen, also außen. So. Fertig. Ach so, okay, wenn wir da jetzt noch einbauen, dann wird das halt auf die andere Seite gesetzt. Hm. Das ist übrigens Balancing, nennt man das. Dann wird das schön verteilt, dann brauche ich eigentlich hier drin, in der Mitte, überhaupt gar nichts mehr. Hm. Das mache ich bei Eisen denn anders, dann mache ich dann hier so schon das Balancing rein. Jetzt habe ich keine Schreine, toll. Oh, jetzt kann ich 15 Labore machen. Dann kann ich dir ja mal zeigen, was ich gemeint habe. Ähm. Ach so. Toll. Mist. Nee, das musst du anders sagen. Kennst doch Bernd das Brot, ne? Mist. Genau. Das war schon ziemlich gut, muss ich sagen, also. Du würdest ein echt gutes Brot abgeben. Danke. Ich weiß, das ist ein sehr seltenes Kompliment, dass man, also das ist nicht alltäglich. Kupfer entdeckt. Ah, meine Fleece-Bänder, komm. So, hier werden wir eine schöne, fette Eisenproduktion haben. Weil wir die sehr weit ausweiten, schon von vornherein hin, werden wir wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Folgen kein Eisenproblem mehr haben sollen. So, nur können wir das immer noch modular nach rechts bauen. Eisen, ja, das müssen wir auch von oben zuführen, das wird ein Problem. Obwohl dort, wo die Balancer, wie weit gehen die? Ey, das ist geil, guck mal. Ich kann bei den Balancer, die sind ja überall verteilt dann, kann ich durchgehen und kann unten Kupfer, ja, Eisenkupfer hinsetzen. Ah, ja. Kommt da noch oben einer hin und dann passt das. Ich sehe jetzt schon ein Problem. Das ist nicht gut. Das Kupfer kommt ja einfach nicht schnell genug an. Ich meine, selbst wenn ich jetzt noch mehr Anlagen dahin setze, ich weiß nicht, ob das, also das bringt kaum noch was. Diese Dinger sind schon zu langsam, verdammt. Vielleicht müssen wir die doch, ähm, äh, schon doppelt belegen. Aber ich meine, wir verbrauchen sowieso noch nicht alles, also ist das eigentlich auch egal. Wir können auch hier einen Balancer reinhauen. Ich habe nur leider gar kein Eisen mehr. Mal wieder. Ja, eigentlich fehlt jetzt gerade ständig was. Ja, das ist, ach super. Ich gehe steinhornen. Ah, weil ich jetzt gerade die ganzen Labore baue, ist alles... Weg. Nee, alles auf Pause. Weißt du? Stein ist schon mal fett wegproduziert, also das... ...ordentlich was. So, ich mache jetzt mal 30 Steinöfen, das sollte erstmal reichen. Und... ...aus. Jetzt steht unten nämlich alles still, wie ihr seht. Das hängt echt von einer... Wir haben übrigens ein Stromproblem. Wenn du mal sehen willst, wir haben Auslastung. Und was? 1,2 Megawatt, das heißt ja, das heißt ja, das ist eigentlich nur so 2 bis 3 von den Dingern auf Vorlast laufen. Moment, wie war es noch mit dem Verhältnis 1,4 zu 1? Also die Dinger, die laufen richtig heftig. Das ist ein ordentlicher... Oh Gott, siehst du da die... Setz mal das auf 10 Minuten und guck... Seh dir mal diese extreme Spitze nach unten an. 10 Minuten? Oh ja. Das ist da, wo ich den Mast weggenommen habe. Ja. Temperatur 47 Grad. Ja, okay. Und wenn wir 3 haben und das mal großzügig mal 1,5 nehmen, ne? Ja, das ist dahin, die Leistung ist einfach weg. Da könnten wir theoretisch 4 betreiben. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Wir brauchen Brenner. Ich kann Brenner produzieren. Ich brauche Eisennasser. Ich produziere jetzt gerade Brenner. Sehr gut. Dann versuche ich mal... Ne, ich kann gar nichts machen. Ich kann eigentlich nur den letzten da hinten hinsetzen. Und einen Stromatz anbauen. Das ist alles, was ich machen kann. Ähm... Stimmt, die waren ja alle noch, äh... Ja, das ist mir gerade mal so auch noch gefallen. Irgendwas stimmt hier nicht. Hast du auch keine Fließbände? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab Fließbände. Sondern, lass mich noch nicht. Ach so. Willst du gleich super schnell sein? Ja, wenn schon, denn schon. Äh, lass mal... Lass... Ach nee, das... Eigentlich ist das egal. So, das ist schon mal für später. Wenn wir dann noch eine Reihe aufrüsten wollen. Also brauchst du jetzt noch ein... Äh, zwei... Zack, zack. Jetzt sollte das eigentlich besser laufen. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ja, ist das schon auf die Hälfte? Der sollte am besten im ersten Drittel landen. Zwei Megawatt, das heißt, vier Stück laufen komplett. Laufen nur da Vollast? Wir haben fünf, ne? Dann können wir noch ein paar mehr bauen. Und den dran setzen. Ich hol mal Eisen. Ich weiß nicht, wie viele noch hinten dran passen. Ich meine, was haben wir... Wie viele haben wir denn hier? Wir haben ein Kohleproblem. Die zwei kommen einfach nicht hinterher. Wir haben ja unten auch noch Kupferschmelze, wenn ihr das bemerkt. Also dann müssen wir hier schon mal anbauen. Acht mal 1,5? Was? Da kann man was anfangen. Also sagen wir so 10 bis 12 Stück können wir damit betreiben. Ja. Deine dämliche Zahnradproduktion, die klaut mir die ganzen Eisen. Wir müssen mehr Eisen produzieren. Wir müssen unten das alles in Gang kriegen. So, äh, eins. Haben wir nicht mehr ganz so viele Sorgen. Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern. Hier haben wir eine schöne Kupferlane, die... Quatsch, Kohlelane, die hält. Wie sieht's jetzt aus? Ähm, ich baue mal hier ein... Ah ne, scheiße, hast du noch Rohre? Ah ne, ich hab selber noch genug. Rohre hab ich nicht. Weil ich nehme ja mal hier einen raus und setze dafür unterirdische Rohre rein, sodass man hier so einen Durchgang hat, weißt du? Mhm. Hast du gerade einen weggenommen oder was? Deswegen hab ich keine Leistung mehr. Jetzt hab ich einen weggenommen, aber er ist wieder verbunden. Dann kann ich den ja schon gleich mal hier hinpacken. Aber jetzt hab ich keine Ressourcen mehr. Ach so, Steine fehlen mehr. Gut, Steine. Die sind doch hier gleich um die Ecke. Oh mein Gott. Die Kisten sind so wie voll. Mach ich mal Eisenkisten raus. Meine Devise ist, wenn das jetzt hier zum Beispiel... Ich mach das so Pi mal Auge. Je nachdem, wie viel man kann, machen kann. Wieso nicht Pi mal Daumen? Oh mein Gott. Wir haben nicht eine schöne Produktionsstätte hier. Ah, bin ich dem nicht. Ich hab die wieder mit einem... falsch gesetzt. Wir soll es euch geben einen Bongo. Was? Der schnellste Weg zu den Nabu führt mitten durch den Planetenkern. Super herftig generell. Jo, das soll das mal für den nächsten... Ach, da sind noch zwei weitere dran. So, die nächste Reihe schon vorbereitet. Falls wir Probleme kriegen wieder. Hab sogar schon die Rohre platziert. Also das würde ich einfach nur... Zoom raus. Ich hab da so... Plug and Play. Oh Gott. Moment, wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Du bist schon zwei drüber. Theoretisch müsste das da hinten jetzt kälter als... Hm? Ist das nicht. Immer noch 100 Grad. Also ich könnte noch weiterbauen. Wichtig ist das... Was ist das denn für eine Rechnung? Ich bin sogar noch von 1,5 anstatt 1,4 ausgegangen. Ich hab keine Ahnung. Also da vorne ist das Wasser 40 Grad. Da ist es 100. Hä, guck mal, da laufen gerade mal drei Stück. Ne, vier. Was soll der Scheiß? Wo hat der Typ die Formel hergekriegt? Ich? Ne, der... Ich hab ja in so einem Forum das gelesen. Ja, da hat er eine dumme Formel benutzt. Ja, aber die ist schon veraltet. Keine Ahnung, so auf wie das geabteilt wird. Auf jeden Fall ist da noch 100 Grad hinten und dann läuft's auch. Krass. Wenn die Temperatur jetzt weniger wird. Also da Temperatur 100... Wenn das weniger sein würde, dann müssten wir da mehr Brenner hinbauen. Ich glaube, wir haben eher Probleme mit dem Wasser als mit dem, mit der Temperatur. Das stimmt gar nicht. Weil jetzt haben wir noch 9,6. Ich weiß nicht, ab wann das problematisch wird, aber... Wüsste ich auch nicht, aber in der nächsten Folge werden wir das herausfinden. Schon wieder? Ja. Das ist der Wahnsinn. Wir haben uns jetzt... Die Folge haben wir uns nur mit Strom beschäftigt. Oh mein Gott. Das ist Baustelle ohne Baustelle. Naja, bis dann. Jo.